Übliche Gewinner vor und hinter den Kulissen und auf der Rausche. Musikalisch gab es auch einiges zu bieten. David Garrett, Beste Musik International. Die Fantastischen Vier, Beste Musik National. Und Mick Hucknell von Simply Red erhielt eine Auszeichnung für sein Leben. Und wird geplaudert und gelacht. Sein Amparzis Vogelnest präsentiert David Garrett und Andrea Zawatzki ihr Mörder-Dekolleté. Und Stargeiger David Garrett stößt sich beim Verlassen seines Sportwagens kurz den Kopf. Trotzdem nimmt er die Situation cool und gelassen. Auf dem roten Teppich geht es richtig zur Sache. Klicker. Also ich bin immer noch so ein bisschen durch den Wind. Das ist ja schon eine sehr aufregende Geschichte heute Abend. Das heißt, momentan habe ich noch keinen Hunger, aber es kann sein, dass ich heute um vier Uhr morgens Roomservice bestellen muss. Ich habe jetzt erst mal jüngere Gemüse. Nee, Partylöwe geht auch beruflich gar nicht mehr. Da würde ich viel verschlafen. Kein Ruf. David Garrett ist bei mir. Wo ist eigentlich Ihre goldene Kamera? Die habe ich sicher verwahrt. Hinten mit der Geige zusammen, hinter der Bühne. Gut versteckt. Okay. Als Preisträger werden Sie natürlich den Abend in Erinnerung behalten. Und was ganz besonders? Es war ein toller Abend. Ich fand die Veranstaltung hochinteressant. Es war wirklich mit viel Gefühl. Und ich habe viel gelacht. Auch ein bisschen was Emotionales mit dabei. Also ich fand es sehr, sehr schön, natürlich einen Preis zu bekommen in so einer Kategorie. Das ist schon was ganz, ganz Besonderes. Und Sie haben gerade schon zwei Tassen Kaffee getrunken. Speziell für dich, damit ich hier noch wach bleibe und auf den Beinen stink. Ja, vielen Dank. Und ich schlage vor, wir verabschieden uns jetzt gemeinsam von den Zuschauern. Sehr gerne. Die Party ist am Ausklingen. Das ist die Kamera. Das ist die Kamera. Wir machen es gemeinsam. Okay. Wer fängt an? Ja, du fängst an. Du bist die Professionelle hier. Ja, das kriegen wir schon. Also, liebe Zuschauer, das war das. Leute heute spezial. Ich freue mich, dass ihr zugeschaut habt. Und ich hoffe, ich bin irgendwann mal wieder dabei. Die goldene Kamera in Berlin. Die Preise sind vergeben. Die Party ist fast vorbei. Und wir wünschen Ihnen jetzt eine gute Nacht. Absolut. Euch allen eine superschöne Nacht. Und wir hoffen, sehen wir uns bald irgendwann mal. Bestimmt. Tschüss. Ciao.